Ja und herzlich willkommen zurück zu K.O.R.I.O. Weiter geht's, wir haben ja hier gerade die Libertan-Riff-Basis abgeschlossen, in Anführungszeichen. Nur zu 50%, also da fehlt uns noch einiges. Deshalb mal schauen, wie es weitergeht, oder was wir da noch machen müssen. Ähm, ja, wo geht's weiter, wie müssen wir weiter vorankommen, was brauchen wir? Hier können wir durch, konnten wir vorher nicht. Okay, da gibt's gar nix. Der andere flüchtet. Alter! Da müssen wir hier durchs Wasser. Alter! Relief-Forschungs-HQ Das Hauptquartier Ich versteh's nicht ganz, was, wie das mit diesen Wohnungen funktioniert. Also muss ich da Stuff ablegen? Ne, wahrscheinlich nicht. Hier wird ich bloß im Wasser. Okay, ich versteh's nicht. Interessant. Aber... Ich kann hier nicht bewegen, wenn das Wasser abläuft. Wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Frag ich mich da grad. Frag ich mich da. Ich kann hier nicht mehr schnauern. Ich kann hier nicht mehr schnauern. Das ist extra nicht ganz. Man braucht ja Wasser, damit wir... ...da durchkommen. Ich geh mal weiter kurz. Können wir denn irgendwo anders Wasser ablassen? Ja. Springen sonst nur hier hin. Neee. Wie soll das hier gehen? Seh ich irgendwas oder... ...I don't know. Wir kommen hier nicht wieder raus. Ich bin doof. Ich bin doof. Ich hab's gesehen. Ich kann ja mit dem... ...mit dem Strahl hier... ...den... ...schau... ...kommt eben benutzen zu. Manchmal frage ich mich an mir selber. Habe ich ein Gehirn oder nicht? Aber dann nehme ich lieber wieder alles mit. Ich bin so stärker, dass ich mich mehr Power habe. Ich bin so stärker, dass ich mehr Power habe. Applaus ... ... ... Das war's für heute. Wir wissen zumindest das gleiche fucking Roboter kommt. Also zwei sogar. Ich lad mich nochmal kurz auf. Fuck. Ein Geschütz unten Mensch. Tschüss. Tschüss. Oh shit. Okay. Das waren bloß die Türen. Jeder noch halbwegs. Wieso sollte ich hier Biomasse verteilen wollen? Das war's für heute. Yummy, yummy. Ich möchte die Tür wegreißen, bitte. Okay, die sind jetzt vier Stück in diesem Level. Das war's für heute. Okay. Einfach ein bisschen durchdrehen. Und schön immer alle tot machen. Das war's für heute. Also, es war's für heute. Aber das war's für heute. Das war's für heute. Also. Ich bin wirklich. Wir sind jetzt hier. so so jetzt fahren wir mit dieser bereich steht unter quarantäne schutzausrüstung erforderlich kurz schauen habe ich irgendwas hier gesehen nee okay nice konnten wir gleich eine abkürzung schaffen drei bis offen sehr gut okay da geht es gar nicht lang da müssen wir wahrscheinlich von unten rein hmm und da haben sie nicht Wie geht es denn da jetzt weiter? Achso, nee, ich muss irgendwo Billion was ablegen. Aber wo? Hä? Okay, bin ich jetzt wieder blind? Ich sehe schon wieder irgendwas. Da geht es nicht raus. Biomasse aufnehmen möchte ich ja nicht. Hä? Ich muss ja kleiner werden. Okay, weird stuff. Wieso sehe ich jetzt da die andere Tür plötzlich öffnen? Achso, da geht es raus. Okay, jetzt kann ich das andere machen, was ich eigentlich ja machen wollte hier. Tür öffnen. Kamera gibt es laser. Ah! Fuck! Hat nicht so geklappt wie ich dachte. Da geht es weiter. No, wait. Komm schon, wir speichern wieder. Langsam wird es ein bisschen komplexer hier, was die Levels angeht. Okay. Okay. Nice. Ist ja prima. Oh shit. Oh shit. Ja. Jo. Oh wait. Gibt's happy happy. Kann man nicht? Doch, wenigstens etwas. Okay. Ähm. Ging das hier auf? Langsam ist es... Schwierig. Schwierig wird, glaube ich, das beste Wort. Ähm. Ich würde es, glaube ich, am besten beschreiben. Ähm. Ich muss wiederholen. Holy Ich bin einfach schon wieder fast tot Was steht eigentlich hier? Quarantäne schutzmessnahmen Ich bin einfach So, habe ich wieder ein bisschen Leben. Ich glaube, Buck geht raus aus dem Ganzen hier. Okay, heisst das jetzt, dass das immer offen bleibt? Kann das sein? Das heisst, ich muss zurück, die andere Tür öffnen. Hä? Das ist ein komisches System hier. Ganz ehrlich, sehr wildes System. Knüpft sich das? Das. Oh, shit. Holy shit. Ich hätte ihn los. Und das war's. I'm dead. Okay, ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge von... Carry on. Weiter. Und, äh, ja. Ich glaube, wir sind... schon auf einem guten Weg und vielleicht auch schon bald am Ziel. Wer weiss. Und daher, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.